hallo und herzlich willkommen zu einer runde rocket league ich habe begonnen was ich noch nie gemacht habe zu spielen ich hatte bock drauf irgendwie hatte jetzt acht spiele und alle acht gewonnen und mal gucken wie die letzten zwei verlaufen und mal gucken wie ich dann eingerankt werden also bisher waren die gegner nicht wirklich gut also unter fünf tore ging keins aus für mich mal gucken also ich spiele eigentlich nur 2 und 2 und 3 und im 2 habe ich diesen blauen stern und im free und 3 diesen goldenen stern ich kenne die ranks leider nicht sorry oder scheint nichts zu finden vorhin ging das rucki zucki und jetzt gar nichts okay okay jetzt Oh, das ist der erste der einen gescheidenen Anschluss mit dem Niggler Oh, ich hasse die Arena Nein, ich muss machen Oh, das war schlecht Na, mach was, komm Ah, ich lasse den kommen Ich glaube hier ist es wichtig im 1&1 ein bisschen defensiver zu spielen Oh nein, das war schlecht Das war schlecht Gut, er macht nichts draus Oh, das war noch schlechter Das mache ich Na komm, mach was Er macht ihn selber, nein Also so blöd das klingt, aber der ist besser als die anderen nicht allein Gut, ich habe die nicht alle heute gemacht, die Spiele, aber Das ist immer gefährlich, wenn man nicht hoch springt am Anfang, beziehungsweise Nein Was tue ich Wenn man nicht nach vorne fährt am Anfang, dann kann man einen bösen Konter bekommen Okay, ich glaube ich spiele Bisschen defensiver Ah, der ist nicht schlecht Ah, der ist nicht schlecht Komm, fliegt noch ein Stück Klar, ich würde die Wiederholung gerne wegdrücken Aber er gützt sich wohl an meinen tollen Toren Oh, das war dumm Oh, das war dumm Nein, nicht richtig getroffen Oh, nachschuss Oh, nachschuss Oh Oh, ich habe keinen Boost Aber Na? Na, komm schon, schieß Na Der hat auch keinen Bock Dann sitzen wir so aus, Freund Jawohl Jawohl, fahr frei Oh, den kriege ich nicht Nein, das war schlecht Jawohl Nein, das war schlecht Jawohl Ach Gott Ach Gott, der war ein Geschenk und ich trotz sie nicht Komm Jawohl Nein, schade Jawohl Jawohl Zum Glück hat er mich nach hinten geschossen Sonst Jetzt eine dicke Chance Was macht er denn jetzt? Und da sind sie wieder, die 5 Tore Oh, nein Fuck Oh, nein Oh, nein, das war wieder schlecht Oh, schlecht, schlecht Okay Komm, eins geht noch Er guckt sich aber immer die Wiederholungen an Boah, es ist ja über eine Stern Ich verstehe das nicht, wenn man so viel viele hintereinander gewonnen hat dass man da nicht höhere gegner bekommt ja noch ein spiel damit ich ein gewählt das ist bestimmt also wir haben tun haben wir glaube ich 8 von 10 damals gewonnen und haben oder beziehungsweise sind auf silber drei oder so ein scheiß eingelangt worden was überhaupt nicht verstanden hier wird es wahrscheinlich anders sein ich gehe mal von einem silbernen stern oder sowas aus aber womöglich verliere ich das jetzt hier ich habe das so ein gefühl dass der gut ist okay oder auch nicht so oder hat noch die weihnachtssachen na komm schon na komm schon oder schlecht einer der die wiederholung weg drückt das ist schon mal gut dauert es nicht so ewig oder ist ganz schlecht da kann die anstöße was ich überhaupt da kann fliegen nicht schlecht Oh, das war doch, das war doch. Okay, klassischer Kontakt. Verdribbelt. Oh, das war gut, das war gut, das war gut. Hab ich nicht. Ja, der ist gut. Oh, was mach ich denn? Nein, schlecht. Oh, was mach ich? Oh, was mach ich denn? Das ist echt stark. Ja! Puh! Dann machen wir doch auch mal Obst. Nein! Oh, gut! Oh, was mach ich denn? Vielen Dank. Das ist gar nicht so easy, das 1 on 1. Na Junge, ich hab Zeit. Nein, das schafft er nicht mehr. Der war gut. Der war richtig gut. Oh, der war auch nicht eingerankt. Alles gewonnen und Gold 1 nur. Versteh ich nicht. Nein.